akzept er gewollt Loman lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Video auf meinem Kanal mein Name ist Kokino 96 und heute heute genau heute jetzt in diesem Zeitpunkt gibt es ein weiteres Paragon Video von mir ich hatte die letzten Videos so aufgenommen gehabt dass man wirklich nur die Ingame Sachen gesehen hat heute in diesem Video möchte ich euch das ein oder andere über Paragon erzählen damit die Leute die das auf meinem Kanal auch schon mal gesehen haben wissen warum ist Paragon ein abklatscht aus tausend verschiedenen MOBA Games warum hat es in eigenen Style warum finde ich es persönlich gut und so weiter und so fort so am Anfang das ganze habe ich übersprungen ich habe mich jetzt nicht registriert da ich mit meinen anderen Accounts schon alle registriert bin und damit jetzt auch nicht unbedingt jetzt noch mit vier weiteren irgendwie so weiter drin sein möchte hier gibt es natürlich einige Sachen die was mit Update zu tun haben Nutzungsbedingungen etc das nimmt ihr dann einfach an das ich meine das kennt man auch von den ganzen tausend anderen Games und wird direkt weitergeleitet zuletzt wo ich das Paragon Video hochgeladen hatte das ist ja schon einige Monate her ging es einfach nur um das Gameplay selbst da war es ja noch richtig richtig krass frisch das Spiel und noch nicht so viel geile Sachen dabei nicht nicht so viele geile Helden und zum Thema Helden kommen wir gleich auch noch mal vertieft auf jeden Fall ja es ist Paragon ihr seht nice Semblem nice Sache und let's go ihr seht jetzt ein Ladebildschirm es wird jetzt so ein bisschen was erklärt hier ganz am Anfang kriegt ihr so ein Einführungstutorial da ich das ganze hier schon kenne muss ich das jetzt nicht unbedingt spielen ich werde das auch jetzt erst mal abbrechen denke ich mal ja hier Kernangriffe aber das erkläre ich euch alles so passiv muss ich jetzt nicht unbedingt in diesem Video machen weil weitere Gameplays vom Paragon folgen werden wo ich das alles insbesondere zeigen werde aber irgendwie werde ich hier gerade so genau hier Partie verlassen zack kommen wir zum ersten und zwar das Menü vom Paragon einfach gestrickt simpel gemacht werde ich euch jetzt gleich alles zeigen und ich hoffe ihr seid damit dann auch zufrieden auf jeden Fall möchte ich mit diesem Video für Paragon ein paar Leute werben und zeigen dass das Spiel eigentlich richtig nice ist die so Kritiker von ja dem Spiel waren obwohl sie es nicht selber gespielt haben vielleicht weil sie es gehört haben dass es scheiße sein soll und so weiter auf jeden Fall eine Bronzekiste nice die beanspruchen wir direkt mal okay fangen wir direkt mal an ihr seht ihr habt ihr Belohnungen zu denen ich eigentlich gleich kommen wollte die aber jetzt direkt am Anfang rausgehauen wurden scheiße egal komme ich gleich drauf auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier natürlich bestimmen ob ihr ein MOBA-Game MOBA heißt einfach nur es ist ein Strategiespiel mit einem Helden wo ihr versuchen müsst die gegnerischen Tower strategisch zu zerstören und dann vorne den Boss beziehungsweise bei Lolle sind es Tower glaube ich auch weil es meist sind so wenigste und so weiter auf jeden Fall ist es alles das gleiche Prinzip man muss es halt versuchen zu zerstören allerdings kann man nicht gleich direkt da rein rein das wäre ja auch unlogisch muss Minions vorrennen lassen und dann damit punkten zu können auf jeden Fall hier seht ihr könnt er einschellen seid ihr neu seid ihr Anfänger erfahren oder Veteran ich bin ein MOBA Fanatiker also bin ich ein Veteran so jetzt werde ich dazu aufgefordert eine komplette Partie zu spielen werde ich aber jetzt nicht machen im Tutorial und hoffe dass ich hier trotzdem irgendwie jetzt zur Startseite überspringen genau habe ich jetzt gerade nicht gesehen so das ist die Hauptseite von Paragon nice gemacht Vergleich natürlich dazu was vorher war werde ich dann auch noch mal ein Video drauf eingehen auf jeden Fall ich weiß wie weit ich in diesem Video kommen werde es ist ein Live Commentary deswegen verzeiht mir wenn ich den ein oder anderen Verpatzer habe auf jeden Fall hier ihr seht jetzt das ist die neue Hauptseite von Paragon seitdem ich das letzte Mal gespielt habe mega nice optisch verbessert ihr könnt dann hier auf Spielen gehen natürlich müsst ihr erstmal auf Stufe 5 kommen bis ihr dann Spieler gegen Spieler machen könnt damit ihr auch natürlich ein Feeling für das Spiel kriegt was ich besonders gut feiere auf jeden Fall habt ihr hier einen Shop wo ihr Sachen auch für Echtgeld kaufen könnt ist aber abzuraten meiner Meinung nach man kann das auch alles so erspielen natürlich dauert das ganze ein bisschen was aber okay so ihr seht die Liste hier der Helden hat sich ein bisschen vergrößert zu dem letzten Mal wo ich das ganze hier aufgenommen hatte zum Beispiel ist Morigash, Morigash ist glaube ich richtig ja Morigash, Revenant, das ist der Neueste hier, Morigash ist neu, Shinbi ist neu, Aroba ist neu, Crunch, Contrast ja Faye hatte ich ja im letzten Video schon drin gehabt und ja hier Seraph ist auch neu es ist auf jeden Fall vieles da dazugekommen, die halten echt ihr Versprechen, geben vernünftige Updates raus, hauen vernünftige neue Spiele heraus beziehungsweise Spielcharaktere und das ganze hier zusehen könnt ihr zum Beispiel Leute live zusehen wie sie gerade spielen finde ich ganz fresh, ist ganz geil gemacht auf jeden Fall ja das ist so das Spiel hier kommen wir direkt zum Ingame ihr habt das ein oder andere Mal auf meinem Kanal gesehen was Paragon betrifft natürlich war es die erste Zeit wo Paragon gerade frisch rauskam, das kann man jetzt nicht mehr mit jetzt vergleichen jetzt haben sie einiges an der Optik getan, die haben einiges am Spielverhältnis getan, es hat sich alles ein bisschen was verbessert in meinen Augen ist es ein etwas besseres MOBA der Neuzeit, weil die alten MOBAs handeln ja einfach mal so ein bisschen ja hier wie bei Loil zum Beispiel, die ganzen Charaktere die dort sind, sind ja eigentlich so Champions, die man ja so irgendwo her kennt so bei Smite ist es auch nicht anders und das ist so, ja halt Neuzeit mit Laserbögen etc. BP wie wenn ich jetzt so Sparrow sehe beispielsweise und ja das feiere ich, wenn ich eine Abwechslung zu Smite brauche gehe ich auf jeden Fall in Paragon rein das soll jetzt keine Schleichwerbung oder sonst was werden, ich kriege dafür auch keine Code oder sonst was wie denn auch als kleiner YouTuber mache ich sowas gerne und möchte einfach Paragon als Spiel selbst bei Isofire natürlich ein bisschen anwerben Leute lasst euch da nichts von anderen Leuten einreden, die sagen Paragon ist scheiße, macht euch lieber ein eigenes Bild über das Spiel und ja ansonsten kommen wir hier direkt mal zu den Profileinstellungen, dort könnt ihr Kartenpakete ziehen die Kartenpakete hatte ich bis jetzt noch nicht so ganz erklärt gehabt, dort werde ich auch wie gesagt beim nächsten Video drauf eingehen hier habt ihr auch noch so Kisten, die ihr ziehen könnt, dafür braucht ihr aber die passenden Schlüssel auch passend dort könnt ihr Skins und so weiter rausziehen, wenn ihr Glück habt natürlich, kriegt ihr immer für Level ab neue Kisten, neue Schlüssel und so weiter und so fort vielleicht auch hier diese Echtgeldwährung und finde ich ganz geil gemacht auf jeden Fall ja es gibt hier tausend verschiedene Skins für die tausend verschiedenen Charaktere, finde ich auch ganz geil gemacht und ich zeige euch mal die Optik jetzt, wie sie heute aussieht, dann nehme ich am besten auch direkt mal den neuesten Charakter da ist er doch drücken wir einmal drauf, lädt jetzt ganz kurz, zack und dann seht ihr ja auch schon wieder, was ihr bekommt auch für die Standardbelohnungen, Meisterungsbelohnungen sie kriegt ja auch ganz viele neue Sachen dazu guckt euch die Optik an Jungs und Mädels da draußen es hat sich einfach optisch einiges getan ich werde jetzt demnächst auch nach und nach mich mehr auf Paragon fixieren und euch ein und dasselbe eigentlich versuchen zu erklären allerdings werde ich auch mal ganz speziell auf die ganzen neuen Charaktere eingehen ich möchte euch das Spiel ein bisschen näher bringen und deswegen habe ich auch überlegt ich habe ja eh gesagt, MOBA und Ego-Shooter werden auf meinem Kanal vertreten sein so wird es auch sein und ja ansonsten ja wie gesagt, ihr seht die ganze Optik ich würde einfach sagen, an der Stelle gehen wir auch nochmal hier auf die ganzen anderen Sachen ein die ich ansprechen wollte hier die Kartenpakete zum Beispiel, jetzt haben wir noch nicht so viele Karten aber das ist hier unterteilt Ordnung, Intelligenz, Verderben, Wut, Wachstum und Universal Universal ist halt Standard und dann könnt ihr hier zum Beispiel, wenn ihr ziemlich, ziemlich neu seid was MOBA betrifft, gerade so Neuzeit-MOBA, wie ich es gerne nenne könnt ihr auch hier gerne drauf gehen ihr seht, was diese Leute brauchen zum Beispiel geht ihr jetzt auf Intelligenz und Verderben guckt ihr, dass ihr so gut wie möglich meistens nur Intelligenz und Verderben reinkriegt natürlich braucht man Universal ebenfalls, aber ich denke, das erklärt sich von selbst hier Wut, Ordnung und so weiter und jeder lässt sich natürlich anders spielen es ist ein anderes Game-Feeling als Smite, Lol oder sonst was deswegen unbedingt aus dem Bild, Leute ja, dann habt ihr hier irgendwie Banner das ist mir selber auch neu hab ich auch noch nicht gesehen oh geil dann werden wir jetzt im Video, wo wir was aufnehmen auch mal was Neues kennen hier sind jetzt die ganzen Skins, die ihr in drei verschiedenen Farben machen könnt nicht jedes wird natürlich in drei verschiedenen Farben möglich sein immer nur da, wo diese Zahlen auch stehen auf jeden Fall mega nice verschiedene Charaktere hier, den haben wir gerade in Rot gesehen jetzt sehen wir ihn mal in Blau geile Sache oder Lila bin ich richtig, richtig nice gemacht und ja ansonsten an der Stelle gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen die nächsten Informationen, Videos werden kommen die nächsten Updates werden kommen dort werde ich auch reichlich viel spielen wieder und euch das eine oder andere Gameplay davon zeigen und ob es gute oder schlechte Gameplays sind wird mir in Zukunft natürlich auch egal sein und ansonsten gebt euch das Spiel Link ist in der Beschreibung beziehungsweise wie der Name ist seht ihr ja so schon jetzt hättet ihr es ja auch nicht selber gegoogelt und ich würde sagen let's go Jungs und Mädels ich freue mich auf eure Freundschaftsanfragen Name ist in der Beschreibung Isda und dann können wir natürlich auch mal ein bisschen quasseln bezüglich hier der ganzen Sachen ich würde mich tierisch freuen wenn ihr nämlich editet und die ein oder anderen Runden mit mir zusammen spielen möchtet gerne sogar dann kann man vielleicht noch ein bisschen darüber schnappern oder sonst was und ich bin an der Stelle raus wieder schauen und reingehauen bis morgen zum nächsten Video ciao